Keine Pades Ex-Daniel, Fußball aus wegen Herzproblemen Gesundheitliche Probleme bei Rot-Weiß-Essen-Kicker Daniel Engelbrecht, 26. Im Jahr 2013 brach Dex von Schauspielerin Keine Pade, 23, mit einem kurzzeitigen Herzstillstand mitten im Spiel zusammen und musste reanimiert werden. Danach war er der einzige Spieler, der mit einem eingepflanzten Defibrillator auf dem Platz stand. Trotz bestandenem Medizin-Keck sagt der Fußballer jetzt für die Saison ab erneut wegen ernsten Herzsystem-Störungen. Erst kürzlich war der Sportler vom TSV Steinbach zum Essener Regionalliga-Verein gewechselt, wo bereits große Hoffnungen auf den Stürmer gesetzt wurden. Bei der ersten Trainingseinheit erfuhr gleich einen gesundheitlichen Rückschlag, der Defibrillator ging unerwartet los. Nach einer anschließenden Obrieten ihm die Ärzte schließlich gänzlich vom Spielen ab. Uns tut es in erster Linie einfach extrem leid für Daniel, äußerte sich Jürgen Lukas, Direktor der Sportsenioren von RWE gegenüber der Westen. Weiter stellte er klar, er ist einer von uns, daher werden wir ihm als Verein in dieser Zeit zur Seite stehen. Der gebürtige Kölner zeigte sich zuletzt dankbar für die Vereinsunterstützung. Fußball möchte trotzdem weiterhin treu bleiben und sich nun einer Trainerausbildung widmen.